ganz rein passen schön die steine rauskloppen in anbetracht der tatsache dass es dunkel wird würde ich sagen wir brechen ab wenn wir mal wieder dreck brauchen oder wenn uns langweilig ist und wir auf die idee kommen ja komm lasst mal das land weiter planieren können wir ja immer noch weitermachen ich habe schon wieder das laub vergessen wird doch wohl irgendwo ein baum stehen nein da stand sicher mal einer da sind noch ranken ranken helfen mir gerade auch nicht weiter jetzt muss ich wirklich bis dort hinten für einen baum nehme ich dann ein bisschen laubernte auf 11 sollte auf jeden fall reichen tja jetzt ist dunkel jetzt spawn monster hatte ich hier nicht mein bett ich mein irgendwo hatte ich ein bett ach nee habe ich alles weggeräumt da nicht hier drauf kam die obwohl hier fehlt ja das ding auch ist mich doch nicht so da muss man durch ab ins bett dann haben wir zumindest ein bisschen chancengleichheit jetzt die vier und die hier hier ich brauche ich erst mal ein paar inventarplätze so dann kommen wir nämlich hier das ganze zeug einsammeln in die knochen lasse ich wirklich nur sehr ungern kaputt gehen da sind auch noch knochen so dann machen wir da hinten erst mal weiter wo ist ja schon viertel vor zehn ich wollte doch nur zwei stunden aufnehmen so wird aus zwei mal schnell drei so 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 ja da vorne lang noch knochen schnell mal hin so ich werde jetzt wohl aber nur noch hier den oberen die oberen beiden machen und das große also wen sage ich hier irgendwas ich mache das auf jeden fall fertig ich kenne mich dann außer natürlich der dreck würde jetzt nicht reichen so 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 aber da haben wir ja zum glück schon angefangen mal gucken mal gucken wie weit war mal kommen bevor wir nachschub holen ja jetzt machen wir das hier auch schnell die paar minuten kommt es dann auch nicht mehr an und wir können nächste mal dann wirklich mal in den punkt gestaltung wieder reingehen dann sind dann mit dem punkt planierung erstmal durch dann kommt natürlich erstmal noch der punkt das fröhliche kisten aufräumen ich schätze mal wir werden das was wir hier gefarmt haben also die kisten also die kisten werden wir auf die beiden lager die um uns liegen verteilen so dass die gleichzeitig das zeug transportieren können dann 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 naja ist eh dunkel Gott ist das noch eine fläche ist ja fast nur ein fußballfeld so dann